und zeit der kompass jemand Wie immer nicht genug Damage. Wie immer nicht genug Damage. Nee, nee, du fängst gar nicht an hier mit deinem... Auch nicht. Aua! Wow! Das Gefühl, ganz dezent, dass langsam die Seven Years of Bad Luck starten. Die der Challenge ihren Namen geben. Nun gucken wir uns noch mal an, wer du bist. Peng! Naja, Feuer, geh mich auf. Hast du vor, willst du mich anfeuern? Ich glaub den hab ich schon mal gebracht und er ist nicht besser geworden. Im verdammter Piss! Er hat nicht wirklich was gebracht, muss man leider sagen. Aber normalerweise, wie ihr seht, es fühlt sich nach einem Raum wieder auf. Bitte Leute, Leute! Boah! I don't like you! Ah, mein Rubo Baby macht konstant Schaden. Egal wie viel von den Füchern du spawnst. Wir hätten da... Bitte. Ja, wir müssen uns aber merken, dass hier die Sun-Karte liegt. Dichten aber gleich mit. Sun-Karte, Sun-Karte, Sun-Karte... Karte, Sun-Karte, Sun-Karte, Sun-Karte... Karte! Karte! Wow! 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 Alter! Was für ein Massaker! Und ich bin unbeschadet davon... Fuck you! Davon gekommen. Jetzt töte den Klein! Komm! Wie er ausweicht! Bitte nicht... Böses! Cool! Ne, ich bin... Ich bin cool damit. Alles klar? Yo! So, wir könnten auch noch mal ein Item aufschauen sehen, ich glaube. Das habe ich nämlich total vergessen. Wow! Ja, Tami, das ist wirklich so ein... Panic-Button. So ungefähr! Ich glaube, der macht doppelten oder dreifachen Tränen-Schaden. Also, die Tränen, die da rausfliegen. Und wenn da so zwei Stück einen Gegner treffen... Ah! Es hat schon viel Schönes. Das ist richtig. So. Wir machen jetzt erstmal den... Ach ja, jetzt bin ich schon fast da. Jetzt bin ich schon fast da. Guten Morgen! Meine Sorgen! Ganz im Ernst! Das bringt mir kein Stück, weil ich den Magneten habe. Dann kaufe ich mir lieber meinen Schlüssel zurück. Ja, das ist... Waste my money, aber... Was willst du machen? Manchmal, da hat man einfach weg. Das ist einfach so. Aber wird schon, wird schon. Doch, ich bin diesmal wirklich... Nein, wirklich. Ich bin zuversichtlich, was diesen Run angeht. Das hört man für mich vielleicht... Ja, da, da! Fuck you! Jetzt hört man für mich vielleicht die Hälfte der Zeit nicht an, aber... Zack! Übrigens straft mich das... Wir brauchen die Leiter nicht gerade Lügen. Ich werde sie mir trotzdem nicht wollen, oder? Alter! Nose! Ach... Du mich auch, echt. Das... Oh, die braune Bombenversion. Toll! Ich werde in meinem Leben... So bege... Das kann ich auch, Mann! Wapapapapapapapa Magst du mal auf in deinem... Geh weg? Natürlich. So... Who you wanna fight? Nicht! Oder? So, wir denken an die Sun-Karte. Wir denken an die Sun-Karte. Ich muss mir nicht selber in den Arsch treten, weil ich sie vergessen habe. Die Sun-Karte ist auch hier wieder Gold wert. Das ist jetzt, glaube ich, ein Challenge. Also von der Liste her Nummer 2. Und demnach bin ich mir nicht sicher, ob die nur bis Mom oder bis Moms Heart geht. Ich schätze, dass wir es nur mit Mom aufnehmen müssen. Bin mir aber nicht sicher. Irgendwie finde ich, das ist ganz abstrakt, aber die Map... Ne, da wollte ich nicht mehr. Die Map sieht aus irgendwie wie so ein kaputter, also ein halb zerschlagener Totenschädel mit Hörnern. Das kann sein, dass das meine Einbildung ist. Das wird es wahrscheinlich sein, aber das sehe ich in diesem Bild. Das ist eins dieser Tinten-Klecks-Bilder. Alle Stages wieder, ein Schluck Wasser tut wohl. Ich bin mir relativ sicher, dass es gerade nach oben geht, aber... Ja, es ist doch nicht euer Ernst! Das ist ja schon gruselig, wenn man fliegen kann. Natürlich, ich laufe genau rein. Ey, ich bin so ein Held. Nee, nee, ich krieg mich nicht. Nee, nee, ich krieg mich nicht. Oh, Mann. Komm, gib's mir. Sollte man auch nicht zu laut rufen. Woop․, woop, 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 woop. Woop, 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 woop. Nee, 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 nee. Woop, 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 boop. Boop, 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 boop. Boop, 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 boop. Ja, ich weiß, das ist nicht so natürlich intelligent, was ich gerade von mir gebe. Aber ich bin ein bisschen angespannt in diesen von Spinnen überfluteten Räumen. Ihr wisst ja, ich komme mit den Viechern irgendwie nicht klar. Danke, 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 danke. Da war gar nichts. Wenn man 1 hätte ich die Spinnen, ich meine, wenn man Spinnen, also die kleinen, wenn man kleine Spinnen-1 hätte, was hat man da noch verloren im Leben, was für, mhm, mhm, cool, cool, ne, es ist, wir sind, wir sind cool miteinander, weißt du, du, ich, alles cool. Auch die Leiter nicht, ne, nein, ah, blöde Treibombe, Pao, so, leitern sind voll nötig, ne, ah, 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 ah liebst es mich zu strafen oder spiel liebstes aber ich krieg die ja wieder stimmt ja flieg da rein diesen raum gegen liebe ich übrigens auch so eine geschichte das habe ich das in diesem run im letzten erwähnt fällt mir nämlich gerade wieder so ein so von wegen bugs im spiel ich glaube kaum dass dieser raum so zu schaffen sein sollte ja ja trefft mich nur alle es tut nicht nur hier oben mir sondern auch hier unten in meinem herzen nein nicht bloß mhm Tiere Chancen auszuweichen oh man wenn ich mich nicht so anstellen würde wie der letzte bescheuerte Depp ne dann könnte das hier ich hätte mich jetzt getroffen fünfmal komm her ja ist er noch nicht tot tolle Sun Karte ja ja ich liebe es oh man was soll das wieso ne jetzt streng dich mal wieder an hier los Selbstmotivation nein nein natürlich ja das war schlecht das war unterste Schublade schlecht ach nein ich bin doch ausgewiesen ich muss in meinem Kopf drin na komm na komm kommt doch alle her ja kommt doch alle her so kommt doch alle her jawoll klick klack badabada boom nein geht weg geht weg ich will hier keiner natürlich einkesseln wow 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 ruhig irgendwie hatte ich vergessen wie schnell die hier sind also die mit den Augen du dürftest den auch mal ruhig treffen wenn er da so so ja ich weiß ich hab keinen Schlüssel nervt mich nicht er hätte gerne einen Schlüssel das wäre cool so ein Schlüssel oh ah fuck you too und er da hinten nur am chillen natürlich trifft er mich hallo Schlüssel danke Schlüssel wieso spiele ich so schlecht also es ist echt nicht schön was ich hier abliefer es ist fast genauso beschissen wie gestern warum tue ich das nur warum oh man ey die du du wirst in du wirst du du wirst zu denken. Nur damit ihr wisst, wo wir hier gerade vom Niveau her sind, mal wieder. Ja, mir gefällt das genauso wenig, glaube ich. Aber das muss... Es ist einfach. Ah, du willst als erstes. Habe ich gehört. Okay, habe ich gehört. So. Danke. Zöten. Zöten. Sterben. Nein. Böse ausbrühen. So. Mächtig. Prächtig. So. Okay. Hat nichts gebracht. Toll wasted. Total wasted. Oh Gott, da machst du noch ein bisschen Schaden wenigstens. Ja, ein bisschen. Nein, nicht umdrehen. Nein. Böser Zombie. Neid heißen, glaube ich, ne? Böser Krieger-Zombie. Nein. 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 Danke. Isaac. Ich habe übrigens letztens, das ist auch schon ein Armbeck her, aber... Wow. Wow. Nein. Das soll doch noch ausreichen. Ich wollte es wirklich. Ähm, habe ich mir das Let's Play von Funk Royale angesehen, zum... Ja, wie heißt das Spiel jetzt? Zelda 1. Und es ist unvorstellbar, wie viele Parallelen es zwischen The Binding of Isaac und Zelda 1 gibt. Oh, natürlich. Komisch, dass Manni keinen Gift-Schaden bekommt. Wahrscheinlich auch einer dieser ominösen Bugs. Das sind Poison Isaac. Was, Manni? Was willst du? Zack. Lacky-Toe. Er ist in dem Basement. Isaac war schüttelt. Seine Mutter, gefühlt mit dem Wettbewerb, um ihren Gott zu sein, war er auf Isaac. Also doch nicht. Was? Warte mal, das wird weitergehen. Ja, ja. Hochbruch ist in den Trinken in Aufnahme. Leit gebaut. So. Mach mal fertig hier. Ach, scheiße, Held. Damit haben wir eine weitere Challenge geschafft. Yippie, okay. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und zusehen. Wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es heißt Let's Play The Binding of Isaac oder morgen, wenn es heißt Let's Play Tomb Raider. Das dürft ihr euch auch suchen. Also, tschüss, Leute.